Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory und ich bin direkt in diesem Zug. Ich weiß gar nicht genau warum. Vielleicht habe ich abgespeichert, als ich mit ihm herumgefahren bin. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass ich... Guck mal, da ist dieses Weihnachtsspecial noch am Laufen, obwohl das schon vorbei ist. Das erkenne ich daran, dass da hinten eine Weihnachtsmütze auf dem Shop ist und an der Lampe da hinten zwischen dem... Ja, an jedem Lampen-Dings ist so ein Weihnachtskranz dran. Cool. Weihnachten ist aber schon vorbei. So, ich bleib nochmal kurz hier drin, weil ich rausfinden will, ob das Ding jetzt wirklich ohne Probleme fährt. Da, Kranz. Hui! Highspeed-Anschluss. KI-Begrenzer. Was habe ich dann da an der Seite... Da habe ich irgendwas angefangen zu bauen. Ah, genau. Die Höhle. Boah, das war echt ein Gebäude hier. Dieses, damit die Schienen da entlang passen. Das ist ganz gut, dass ich jetzt hier bin, weil gerade hier wollte ich ansetzen. Und schauen. Höp! Das war hart dumm, weil ich so nah an den Gleisen dann stehe. So. Okay. Also hier ist der Bahnhof. Und da oben soll irgendwie der ganze Scheiß reinwandern. Von den... Ach, guck mal, da fallen... Geschenke rund. Ja, genau. Wo wird das wohl landen? Irgendwo im Nichts. Als wenn ich da hinterher springe. So sehe ich aus. Aber ich hätte hier zubauen können, dann wäre es gar nicht... Aha. Mhm. Ja, gut. Okay. Ähm. Äh. Jetzt muss ich mal gerade schauen, was der hier überhaupt liefert. Genau. Also Eisenerz. Nix. Hat der nur zwei Waggons? Ja, sieht so aus. Okay, hier ist nischt. Und da ist, ähm... Eisenerz. Und dieses besagte Eisenerz muss ich jetzt irgendwie hoch in meine Basis bekommen. Das war natürlich auch richtig schlau, weil ich hab eigentlich gar kein... Hä? Hatte ich nicht... Hä? Hatte ich nicht... Hatte ich nicht ne Treppe nach oben gebaut? Hier irgendwo? Wo ist die denn hingelandet? Oder musste ich die wieder abbauen, weil ich hier so viel umbauen musste? Nee, da hinten ist sie. Wollte doch schon sagen. Ich hab doch... Ich hab doch ne Brücke gehabt. Und ich hab auch ein Jetpack. Stell ich gerade fest. Oh ja. Oh! Ich war doch so nah. So, das hier sind die ganzen... Zerschrotter. Dabei hab ich mir auch was gedacht. Ne, das soll, ähm... Das soll dazu beitragen, dass wenn die ganze Scheiße dann mal voll ist, weil das wird ja ununterbrochen laufen, dass der dann... Automatisch anfängt, den Scheiß zu zerschreddern. Guck mal, ich hab hier schon... Eigentlich find ich das alles ganz hübsch. Ich kann ja jetzt auch... Wo ist denn hier das Inventar? I. Nein. Ach, warte, ich erinnere mich. Es war entweder... Ja, es war Kuh. Kuh und... Tab war Bauen, genau. Äh... Ne. Dann brauch ich Tab. Riesiger Fixmasbaum. Riesiger Fixmasbaum. Okay, aber ich weiß ja, dass es hier jetzt auch... Lampen gibt. Nicht nur diese Straßenlaternen, sondern auch so Paneele. Aber ich glaub, die muss ich... Die muss ich vermutlich... Freischalten. Es gab übrigens ein großes Backup. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hab. Und jetzt gibt's halt... Äh, Lampen gab's vorher schon. Also das ist jetzt hier Update 5, mein ich. Und Update 5 bedeutet, du hast quasi auch so... Türen, die zugehen bei so... Das kann ich doch eigentlich mal ausprobieren. Warte mal, wir haben... Ähm... Ähm... Kann es sein, dass ich die Türen auch erst freischalten muss? Ja, scheint so. Es gab auch keine Infos, dass irgendwie das Spiel jetzt nicht mehr funktioniert. Oder so. Mann, was hab ich mir dann hierbei gedacht? Sag mal. Erstmal muss ich da irgendwie wieder hoch. Geronimo! Es hat geklappt, geil. So, also... Wir haben jetzt hier allerhand Container. Und ich wollte, glaub ich, ein Container für eine Sache haben. Weil das ja mein Riesen... Mein Riesenlager wird. Das heißt, die Frage ist, wo fang ich dann an, den zu... Na ja, hier vorne, weil nach hinten kann, muss ich das ja noch upgraden quasi. Das heißt, das hier wär der Kanister, der Container, in den dann das Eisenerz rein soll. Und das würde... Der würde hier einfahren. So, wie krieg ich das jetzt von da unten hier hoch? Was passiert, wenn ich das hier... Nee, das ist Reload. Wie, ähm... Herz, Winken, Zeigen. Äh, da! Äh, äh... Äh... F war's, genau. Und da geht's dann runter, ganz tief. So, ähm... Konnte man... Ah, egal. Ich brauch jetzt... Ähm... Ähm... Warte mal. Ich bin gerade mal ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie... War das bei Logistik? Hier gibt's nur einen Splitter. Ah, hier sind die Dinger. Deswegen hab ich die nicht erkannt. Welche Stufe ist das? Ist das Stufe 3? Nee. Stufe 1? Ja, okay. Ist egal. Kann ich... Kann ich später abgraden. Ich mach das jetzt erstmal... Schön tief. Geradimo! Okay, das war zu tief. Aber... Konnte man... Konnte man hier eigentlich irgendwo kopieren? Gibt's eine Taste zum Kopieren? Warte, ich muss mal kurz in die... Äh... Sind das die Optionen? Steuerung. Es gibt eine Gamepad-Steuerung. Okay. Dann ist es hier... Tastenbelegung. Signaldirektion, Waffen, Nachleihen, Interagieren, Springen, Hörberg, Springen, Inventar, Ping, Taschenlampe, Fahrzeug, Scheinwerfer, Ressourcenscanner, Aufzeichnung, Karte öffnen, Hologramm. Und dann ist es hier...